Hallo und herzlich willkommen zurück zu ARK Survival Evolve zusammen mit dem Korti LP. Hallöchen Popöchen oder wie war das? Ja und zack hast du dich drauf gebeamt auf den Stego. Ich geh mal ein bisschen Narcoburries farm, denn ihr habt in der letzten Folge mitgekriegt unsere Flugsaurier sind wieder alle weg und jetzt brauchen wir erstmal wieder neue. Genau und ich habe am Ende der letzten Aufnahmesession mal noch so ein bisschen was auf dem Server gemacht. Ein bisschen Grundausstattung haben wir uns auf Screen schon wieder ein bisschen organisiert. Genau und zwar Pfeile besonders, jetzt habe ich ja kein Holz mehr drin. Deswegen jetzt geht es einfach nur darum, wir haben zwar genug Pfeile, aber man braucht halt um den niederzustrecken, nee um ihn unten zu lassen, brauchen wir halt noch ein bisschen Narcotics. Und dann geht es wieder auf Jagd und wir brauchen auch noch ganz viel Zitin. Wie immer, ne? Ja Zitin ist so gerade, da haben wir glaube ich nur zwei drin gehabt, gerade als ich zuletzt nachgesehen habe. Eben also nicht viel. Und dann kam da raus und da rein, so. Da ist ein 100, das Deck. 104. Stego, das geht besser. Warte mal, die, die Flugsaurier, die waren mehr auf Fleisch, ne? Genau. Hier war auch gerade irgendwo einer, ja hinter dir. Was? Also, auf einer anderen Uferseite. Das kommt vom anderen Ufer, ah. Genau. Hä, was macht der denn da? Wie läuft denn der Dilo? Ach, das ist der Schwanz von ihm gewesen, der so wackelt. Ich dachte, der wackelt mit dem Kopf. So, das Einzige, unser Stego ist gerade ein bisschen überladen. Ja, der hat noch einiges an Bären drin. Hm, die schmeiß ich mir alle raus, brauchen wir hier nicht. Meinen Bären haben wir genug. Ach, nein. Jetzt hab ich sie mir alle aufge... So war das nicht geplant. Da kann man bestimmt gut Eisen farmen. Metall, meine ich. Ja, ist eigentlich fast dasselbe. So, jetzt muss ich das mal wieder aufräumen. Was brauch ich denn? Wo ist denn mein ganzes Zeug jetzt hin? Narcoberry, Narcoberry, Narcoberry. Wieso kann ich das nicht rübernehmen? Doch jetzt. Scheiße, der hat sogar noch den ganzen Pfeil rübergezogen. Zack. Also, zum Metallfarmen hier, wo wir sind, sind wirklich die runden Steine echt gut. Ich sag's immer wieder, ich weiß, aber... Was da rauskommt aus den kleinen Bröckelchen, ist nicht schlecht. Oh, was geht das Stego plötzlich ab? So ungewohnt. Oh, da ist ein Flugsaurier. Aber, wo ist er jetzt? Weg. Oh, mega leck. Ja. Hm, der ging aber. Ich hab jetzt echt noch einen Moment länger warten wollen. Ungezwungen. So. Also, soll ich das zu Narcotics? Arbeiten wir ja mit Narcotics anstatt Narcoberrys. Ja, würde ich sagen. Dann lass ich das mal kurz arbeiten. Dann können wir wieder auf die Pirsch gehen. Drugs, Narcotics, 31 Stück. Ist auch nicht die Welt. Immerhin. Ich guck mal jetzt gerade, wie viel Metall das gab. So, dann brauchen wir natürlich noch... 28 schon wieder. Haben wir ja. So, ein bisschen Kockmiet. Gekochtes war der, ne? Ähm, der wollte, glaub ich, gekochtes, ja. Müsste auch noch einen Watersink machen, genau. Hast du da noch keinen? Waterskin, genau. Ne. Hab ich. Durch den Schmidi ist auch schon aufgefüllt. Aufgefüllt hab ich den noch. Ein bisschen Heid, ein bisschen Fiber. Oh, wir haben ja genug. Bastel ich mal zwei Stück. Läuft. Wir kommen wieder, wir kommen wieder, ne? So ein bisschen. Ja, also... Yay, level up. Level up. Wahrscheinlich schlecht, dass ich mal noch ein bisschen was gemacht hab. Offscreen, so langeweile mäßig. Dann geh ich mal noch ein bisschen auf Health. Wir gehen auf Health. Pff, war der jetzt voll? Ne, da ist ja noch Platz in dem... Ah, da ist ein bisschen was vergammelt, weil der Kühlschrank, den hab ich, glaub ich, das letzte Mal mit Fleisch komplett voll gemacht. Da war kein Platz mehr frei. So, dann gehen wir nochmal Wasser auffüllen. Dann können wir wieder auf die Jagd gehen, wenn die Narkotex endlich mal fertig sind. Genau, Wasser muss ich auch noch auffüllen. Hoch. Zeit, dass wir ein paar Crystals kriegen, weil dann können wir uns auch endlich Glasflaschen bauen, die da nicht auslaufen, ne? Ach, richtig. Ach, die laufen aus, deswegen geht das runter. Jetzt verstehe ich das erstmal. Ich dachte, der trinkt aus beiden. Ne, das steht im Kleingedruckten. Im Kleingedruckten. Ich lese das hier so gut wie gar nicht eigentlich. Aber das habe ich am Anfang mal gelesen, deswegen. So, die Narkotex noch acht Stück, dann können wir auf die Jagd gehen. Brauchen wir sonst noch was? Eigentlich nicht, ich mach mal eben noch mein Level hier. Na gut, Zitin wie immer, aber da müssen wir mal gucken. Und zwar, ja, da brauch ich diese, da brauchen wir das Zeug von den Mammut, glaub ich. Die haben so Fellen, ne? Da kannst du dir diese Klamotten für das Schneegebiet craften. Warte, hab ich die schon gelernt? Ja, hab ich gerade, ich mach's der Reihe nach, einfach alles. Die gehen nur im Schmitti. Wozu brauchst du da ein Schmitti, naja. Ich hol's so. So, Narkotex sind fertig. Wo muss er aufteilen? Naja, am besten ist, ich würde sagen, wir bleiben einfach mal zusammen. Das ist nämlich immer, wenn wir sterben, ist der andere irgendwie nicht mehr in der Sichtweite und... Dann ist es halt blöd, oh, ich werd angegriffen, ja, wo bist du, wo warst du denn grad? Ja, da, äh, ich find dich nicht. Wie immer, ne? Genau. So, dann würde ich sagen, geh mal wieder an den großen See, denn da tummelt sich am meisten rum. Genau. Hm, hm. Gerade hier hoch. Ach, du läufst schon vor, sag das doch. Ja, ich dachte, du hättest das gesehen, weil du schon in die Richtung geguckt hast. Nö, dann wollte ich mich grad umdrehen und gucken, wo du bist. Ah, eh. Ja. Bam, weg. Der dürfte platt sein. Ich muss eben mal kurz hier in die Suppe springen. Hm. Mir ist heiß. Ich bin einfach zu cool. Stimmt. Und zu hot zugleich. Ja, bringt aber nicht wirklich viel. Hahaha. So, Insekten, wo waren die denn hier so? Ja, die sind meistens im Wald rein. Aber wie gesagt, Flugsaurier brauchen wir ja auch noch. Weißt du, was das Schlimme ist? Als wir unterwegs waren, immer Insekten. Jetzt wollen wir mal welche suchen. Keine da. Wow, ein Schuss tot. Ja. Ich hab auch noch drauf gehalten, aber da war er schon weg. So, jetzt seh ich zwar grad nix. Oder wir gehen da, wo wir das letzte Mal angegriffen worden sind, da hinten. Hier jetzt gerade am Ufer weiter, ne? Da war ja auch damals diese Riesenspinne. Wo ich aber einfach nur Schiss hatte, dass die mich irgendwie killt. Gibt bestimmt Gutsideen. Oh, da ist ein... Ist das ein Reptor da hinten? Ach, nee. Hä, was ist das Kleine? Hilfe? Ich hab kein Speer dabei, scheiße. Was ist denn das gewesen? Ach, Kompi. Richtig, das ist ja jetzt auch neu. Ja, für Heid kann man ruhig mal draufkloppen. Aber das Fleisch, ey, brauchen wir echt gar nix mehr eigentlich. Ich hab schon wieder 30 Fleisch. Ja. Ja gut, für unterwegs ist es vielleicht nicht schlecht. Oh, nee, da geht's nicht rum. Hier bin ich runtergesprungen. Hier war die Spinne. So ne Spinne wär jetzt ganz schön... Warte mal, siehst du das da unten? Wo genau? Sind das Leichen? Ey. Im Wasser? Ja. Das sind Fischer. Ey, das sind Parasauren. Da war ein ganzer Haufe. In einem Fleck. Oh, nicht schlecht. Ach, da hinten. Ja, stimmt. Hätten wir jetzt ne Granate, ne? Aber guck mal, da ist auch noch... Wenn du weiter rechts guckst, da läuft noch einer unter Wasser. Die versammeln sich alle da. Ich sag doch, da jetzt ne Granate reinfeuern. Wobei, geht das unter Wasser überhaupt? Die Frage, gibt's hier überhaupt Granaten? Hab ich ja jetzt vor kurzem bei The Forest mal ein bisschen mit rumgespielt mit den Granaten. Aber macht Spaß. Hör mir auf, das hatte ich bei Creativeverse immer. Sprengstoff und gib ihm. Und fliegt was, aber das sind die kleinen. Also, ich hab gerade irgendwie die Ahnung, dass hier Insekten sind. Oh, ne, da sind... Ähm... Oh, oh. Oh, ja. Einer down. Zwei down. Drei down. Drei down. So, muss der. Three doors down. Hihihi. Hallo, Insekten. Oh, ja, Insekten, sehr gut. Ja, ich hab nur leider... ...keinen Speer. Dafür hab ich den... ...verbesserten Speer, ne, aus... ...Metalle. Ich weiß, dass ich was vergessen hab, aber wo sind die Leichen jetzt denn? Eine hab ich hier noch, das hat mir... ...also, das war aber ein Krabbelvieh. Ah, hier unten. Ah, die sind noch am Leben hier. Das sind aber die Ameisen. Ja, genau. Fall erst mal ein Baum. Ja, das ist einmal draufgeschlagen, ne? 12 Chitin, ne? Also, ich glaub, der letzte. Wie viel hab ich ihn insgesamt? 21. Ich hab nämlich keinen Speer dabei, das ist das doofe. Aber ich hab jetzt auch grad keinen Speer. Dann rennen wir mal weiter hier in den Wald rein. Genau. Solange wir uns nicht verlaufen. Und wenn du irgendwo einen Stein siehst, den ich abbauen könnte, sagst du Bescheid, ich hab einen. Ja, hier, direkt vor unserer Nase. Vorsicht! Ich hör was, ich hör was. Ja, ich... ...konnt jetzt grad nicht zuschlagen. Ey, sie sagt doch im Wald. Das ist gut. Lord! Boah. Craftables. Weapons. Primitive. Ähm... Jetzt hab ich schon aus Reflex R gedrückt. Tod und R sowie Nachladen bei nem Shooter, weißt du? Warte mal. Und jetzt fehlt's mir noch an Wood. Ich krieg doch die Krise und dann Fall. Da oben ist sogar ein Flugsaurier. Ich probier es mal. Könnte doch eine erfolgreiche Reise werden. So wie sich das anhört. Na, der fliegt weg. Aber hier war doch grad einer recht nah am Boden. Jetzt bin ich fast schon... Oh, hier Insekten. Sehr gut. Oh. Ja. Oh. Okay, die hab ich. Ah. Hier, 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 hier ist so'n, so'n, so'n... So'n... Den brauchen wir. Für Crystal und Metal Farming, ne? Hier ist so' einer. Ah. Das sind die? Ja. So, Dilo ist tot. Dann probieren wir's mal. Ankylo. So. Ja, kurz was trinken. Alles ist aber gut. Der ist schön langsam. Also relativ. Ich glaub, ich hab grad die richtigen Pfeile ausgewählt. Aber ich glaube schon. Ich schon. Jawoll. So, jetzt ist nur die Frage, was frisst der? Na, müssen wir mal probieren, ne? Ich probier mal Bären durch. Oh. Da kommt irgendwas hinter mir. Ah, sehr viele Insekten. Find ich gut. Oh. Da haben wir uns gegenseitig gepiekst. Naja, passt. Wieso loot ich jetzt aus dem Nix? Ein City? Ja, toll. Das war bei mir grad auch wenig. Guckst du bei dem hier, dann weiß ich, wo du bist. Weil ich wollte nochmal bei dem Flugsaurier schauen, ob ich den finde. Also, Beere hilft nix. Probieren wir's mit Fleisch. Yo, Fleisch. Boah. Warum mag er nicht ganz so? Dann probieren wir's halt mit Gebratenem. Trink's auch nicht. Wieso kriegt er keinen Bonus? Eben hat er noch Bonus gekriegt. Er braucht ja irgendwelche Bären. Das ist es auch nicht. Ja, ein paar Bären hab ich noch dabei. Ich probier's grad. Jetzt steht Taming. Sehr schön. Vielleicht sollten wir bei den Insekten auch probieren, die mit der Hedge, also mit der Hedge oder der Pick mal zu looten. Ach, jetzt hab ich's. Oh. 31,6%. Das sind aber dann aber noch die falschen Bären. Also, die roten sind's nicht, dann probier ich's mit den Liedern. Erstmal ein Festmahl. Schön Steaks. Oh. Ich dehydriere. Aber ich müsste ja noch ne Bulle beihaben. Ja. So. Hast du noch genug zu trinken? Sonst geh ich mal aufladen. Eine hab ich noch. Soll ich die andere mitnehmen? Ähm, warte. Ah, kann grad nix droppen. Wo bist du denn jetzt? Hier. Ne, hinter dir, wo ich gerade hingeguckt hast. Ja, warte, ich schmeiß in die Richtung. Ja. Muss ich sie erstmal wieder im Inventar finden. So viel Zeug schon hinter dabei. So. Aber das sind nur 31%. Das ist mir... Hm. Braucht der denn recht lang? Naja. Geht. Für den hab ich noch keinen Sattel. Kann man das so überhaupt auffüllen? Ohne so ein, äh... Ach, nee. Geht gar nicht, ne? Stimmt ja, da war ja was. Verdammt. So, dann muss ich jetzt einfach meine ganzen Sattel durchgucken. Die, 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 die. Hatten wir das schon einen? Nee. Deswegen guck ich ja gerade. Ob ich den Sattel überhaupt schon leeren kann. Carbonemi, sagt er, das war der... Ja, brauchen wir nicht. Mega, irgendwas. Hi. Da will ich dauern. Ach, verdammt. Aber hier muss ich mal Spielverderber spielen. Ja. Weiter geht's dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Schaut beim Cordy vorbei und bewertet mich nicht vergessen. Haut darin, bis dahin. Tschüss. Danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss. Tschüss. Tschüss.